Willkommen Leute, zurück für die Wenedigion. Wir machen mal weiter. Wir sind ja hier in Inselstink gegangen. Wo sind wir überhaupt erstmal? Wir sind nach der Stelle. Ja, wir haben uns ja letztes Mal die Nekomanden vorbekloppt, wir haben Igor ausgewählt, weil der weniger bekloppt ist und der auf Gift steht und naja, der gibt man eine Kreatur Magi-Resistenz. Aber der wichtigste Grund, der ist nicht so bekloppt wie Geronimus. Gott, ey, der da mit einem zerkacken, 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 zerkacken. Ein kranker Typ ist schon, ich glaube, Igor ist auch nicht viel besser mit den gesundheitlichen. Naja. Links oder rechts? Ne, wir gehen jetzt mal links. Ich glaube, da war es doch hier unten, oder? Wir lassen erstmal die Karte. Ja, da hinten ist Anselm. Und hier unten ist der ganz andere Rest. Also, wir gehen erstmal links. Blur, was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Dinosaurier. So ein Riesensgewirr. Oh, neue Gegner. Krieger der Todesabscheulichkeiten. Und Feuer. Und zack. Tja, ich bin halt Gott. Selbst die mit ihren, ähm, Schwertarm können wir nichts entgegenzusetzen, haben nichts entgegenzusetzen. Ein Held. Ich kann nicht. Oh, das kann ein bisschen interessanter werden. Helden sind ja so Dinger. Aber auch nicht viel besser. So. Ich kann nicht. Wie du meinst. Du kannst fliehen, aber nicht verstecken von meinen Schüssen. Noch nicht. So. Ähm. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nur mal einfach so. So eine Routine. Ich glaub, da war doch hier irgendwas, oder? Oder? Ne. Hier waren keine Gegenstände. Gut, dann laufen wir einfach weiter. Oh, ein Portal. Sehr gut. Oh, ein Gegner. Ich hoffe, ein Zauberer hält mehr aus. Aber das ist bestimmt nur so eine Phase. Ein Krieger. Kommt mal her, meine zwei. Und. Wir sind Fire. Fire. Burn. Burn. Und tot. Oh, mein Sch. Ähm. Komm, wir. Ähm. Guter Junge. Und ein Klopter auf den Kopf geben. Graber Kreatur. Das muss man mal abzumachen machen. Denn so eine Kreatur ist ja so ein ganz süßer Junge. Wo war das Portal? Wo war das Portal? Ne. Da war es nicht. Hier liegt was. Genau. Portal activated. So. Und ein unheimliches Tor. Lässt sich nicht bewegen. Als ihr euch der Tür nähert, fragt euch der Schädel nach Leikens Leitspruch. Versuchen die Tür aufzudrücken. Nichts geschieht. Leikens Leitspruch. Wo soll ich das denn wissen? Oh, heu je. Ich muss bestimmt so viel machen. Und. Au. So. Erstmal. Speed. Feuer. Und Level up. Cool. Jetzt bin ich unbesiegbar. Ich bin Kriegsgott. Ähm. Kriegerinsgott. Kriegsgöttin. So. Ähm. Oh, ich kann das mal. Tausend Liebe. Oh Gott, ich will mich auch noch machen, ey. Heilen das. Ne, ich setze auch auf Regenisation. Das könnte ich natürlich noch. Auf einen Punkt hochbringen. Das ist Ultima die Star. Ich kann Speed nur einen Punkt hochsetzen. Und ich glaub, darauf setze ich nicht so viel. Feuerwand kann ich nicht mehr erhöhen. Oh. 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 das sieht so aus. Zack 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 zack. um kommt das ich bin jetzt stufe das würde hier noch mal irgendwas war gab es hier noch etwas wichtiges war hier das ist mir mal eins daneben die sieben und hier setzen wir mal diese tausend E-Mail Fähigkeiten ein so das sind zumindest alle Fähigkeiten die ich haben will mehr will ich glaube ich nicht aber was wollte ich denn ach ja die Punkte welche wollte ich ja verteilen in zweimal stärke einmal hier das und dann wollen wir diese Fähigkeiten austesten gegen irgendeinen wie die beschießt uns denn hä die luft die wüvern oder wie ich hätte hier ein wüvern ähm die Frau hat doch irgendwas gesagt von Schiffswrack hier drin vielleicht Topos ungewöhnlicher Regen Wolfs Wurzelgift Substant die Drachen eben schädlich hochgift das Riffe nein das das Zeug lassen wir mal hier drin ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung das sollten wir nicht finden wir sind ja kaputtes Erz suchen und nicht das Gegenteil ich will auch nicht wirklich Inventarplatz verschwenden ach ja stimmt hier war Ansel der irgendwo da sein ähm wo ist denn der Gute ach da oh ein Thron ich muss erstmal korrigieren erstmal die Thron und ein Buch wichtiges Buch als abizierter Drachen und solche Entwickler mitnehmen wenn das nicht so viel ist tut mir leid aber ich bin jetzt nicht wirklich so sehr auf Lesen hier aus den Nutzen als Reise werden die Drachen bezeichnet so runter für dass sie für Bekannte ihr herrschen gelegen schon mal gibt es doch schon immer und das zu Spekulern und Zwingen für dass sie vielleicht sogar zu erschaffen und Krimbelern sind oh Meister so könnte man die Drachen in Bezug auf die menschliche Kultur bezeichnen das gesamte Kulturelbe der Menschen geht auf die Drachenswahl zum Beispiel Sprache, Alphabet, Herrscher, Feuer und Erwärmungsrat Chaos, wo sie neue Chaos erkennen haben Drachen ein ganzerlose Verständnis vor allem veranlose Verständnis und damit endet die Sabi 10 gut ich hoffe ihr habt alles gut verstanden also ich hab's ein wenig verstanden Tödlicher, edler Stahlsteigkopf, ne, so ein Ding will ich nicht so und hier ist noch ein Buch irgendein Fertigkeitsbuch Amsinsforschungen da kann man auch die glaub ich mal durchlesen Bärenstein mit Drachendorn zu mischen hatte nicht die gewünschte Wirkung stattdessen explodierte die Flasche und die Spuren davon werde ich noch nie wieder aus meiner Robe rausbekommen ich dachte ein kleines bisschen Gegensein wäre eine gute Idee doch der Versuch änderte genauso verheerend wie damals als die 5 Pflanzen mit Junko und Brüder gemischt hatte der Gestank wird mir immerhin niemals vergessen also der Gute hat ein paar Experimente gemacht mit ein paar Zutaten also bist du ein Alchemist Seid, seid ihr das? Möge der Göttliche meiner Seele gnädig sein erstmal was denkste was hast du für Fähigkeiten? was für ein Lüter ich doch bin den göttlichen sei Dank was der Drachenritter nichts mehr wie meins? sagt mir guter Mann was ist euer Beruf also ähm ich war Alchemist in Flussheim ein berühmter noch dazu oh ja das ist bestimmt ne Lüge von überall her kamen sie um Anselms Breu zu kaufen einen Trank den niemand sonst herstellen kann oder das er macht euch stark wie einen Dämon wendig wie einen Fuchs und schnell wie einen Adler oh bitte im Namen des Göttlichen nehmt mich ähm das wäre sehr überzeugend dieser Trank klingt wirklich interessant ja ja das ist er nehmt mich ihr werdet es nicht bereuen ich will mal überlegen was wisst ihr über diese Insel ich fand sie nett bis sie mir erzählte warum ich hergebracht wurde ja das finde ich auch nicht so schön aber über die Geschichte dieses Ortes weiß ich nicht viel ist nicht wirklich mein Fachgebiet ähm erzähl ich mir etwas über euren Trank er basiert auf einem überarbeiteten Rezept das ursprünglich von meinem ehemaligen Mentor stammt ok ich studierte bei keinem geringeren als Walker den berühmten Alchemisten aus Flusshalt keine Ahnung wer das sein soll Walkers Trank war ziemlich wirksam aber schon bald übertraf der Schüler seinen Meister hier schon ist erzeugt eine Fälschung aber ich überleg mal womit ach komm so tschüss mh der Gärtner naja ich muss überlegen ob ich den nehme je nachdem wie der andere Alchemist ist vielleicht ist es auch so ein dreckiger Arsch wie wie keine Ahnung irgendwelcher der Nekomanden war gar nicht ein bisschen doof oder vielleicht irgendwie so Wäscher oder was ich glaube irgendein Neckomand hat mir aus irgendwelchen Gründen nicht gefallen ich muss mir die letzten Parts mal angucken so ähm wir werden die Fähigkeiten einsetzen also 6 zack 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 oh cool also die legt sich halt sehr langsam auf merke ich du 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 oh wer ist da hinten so Apropos Moment mal gibt es hier Insel soll ich eigentlich mal die Augen offen halten wer bist du überhaupt Kafui Hallo auch hier um die Skilette zu studieren Fascinating nicht wahr du klingst so wie die Gregor Dings da Gregory Teil der andere Typ da halt Klingt auch so komisch geredet. Es ist gut zu wissen, dass die Familienspekte Grammaray sicher aufgeholt wird. Dazu noch mit einem passenden Kennwort, Herzigen. Achso. In der Tat, furchterregende Kreaturen müssen das gewesen sein. So ist es. Speziell Walde dieser Art waren gute Jäger. Okay. Aber wo sind meine Manieren? Ich heiße Catherine Grammaray. Ich bin Paläontologin. Ich bin ein Fischerbegegneter, der hinter einem Wald genau dieser Spezies hier ist. Arme Kerl. Diese Tiere sind seit Jahrhunderten ausgestorben. Wer ist diese Fische? Ich weiß nur, dass er Jonah heißt. Jonah? Komischer Zufall. Ich habe hier im Brustkorb ein Amulat gefunden auf dem Staat von Lissi für Jonah. Hier, wenn ihr wollt, könnt ihr es haben. Das interessiert ihn wahrscheinlich sehr. Deswegen ist er wohl noch hier, nehme ich an. Warum sitzt er auf dieser Insel fest? Mein Schiff wurde Opfer eines magischen Zwischenfalls. Die anderen Überlebenden sind da hinten am Strand. Ihr sagtet, euer Name ist Grammaray. Ihr hattet nicht zufällig einen Bruder namens George, oder? Doch, habt ihr ihn getroffen? How is good old Georgie? Immer noch der emsige Archäologe, der wegen alten Statuen Leib und Leben riskiert. Ja, das was ich hier mache, ich sage nicht anders, oder? Oh, ich sollte ihn mal besuchen, sobald wir von dieser Insel weg sind. Das macht das nicht aus hier rum zu spazieren, während diese Tür über euch ragt. Verstecken ist sinnlos, oder? Naja. Trotzdem sieht er natürlich ziemlich gröselig aus, aber könnte auch unbewohnt sein. Das bezweifle ich. Na, ich denke nicht, dass wir etwas von dort zu befürchten haben, sofern nicht jemand darin herum schniffelt. Und das wollen wir doch nicht, oder? Sagen euch die Wörter Anwärter, Totem, Prophezeiungen, irgendetwas? Oh, yes. Einige Besatzungsmitglieder haben dauernd davon geredet. Okay. Okay. Ich glaube kein Wort davon. Aber andererseits ist es nicht mein wohlgefomter Hinten, der auf dem Spiel steht. Naja. Warum untersucht er dieses spezielles Gesetz? Es ist einfach das größte Exemplar, das ich jemals gesehen habe. Okay. Ich würde so gerne mehr über diesen Wal wissen, aber leider gibt es nur sehr wenige Informationen. Kann ich euch vielleicht helfen? Solltet ihr mehr über diesen Wal herausfinden, wäre ich euch dafür unendlich dankbar. Gut. Bye, Darling. Bis dann. Ähm. Aber was wir erstmal machen, dass unsere Kreatur umbringt. Wir gehen jetzt immer zum Geist zurück. Der hat sicherlich... Den würde sich nicht interessieren, dass wir in sein Amulett jetzt haben. Denn der Worte hatte uns ja auch irgendwas verschwinden. So viel weiß ich noch. Mann, ich habe ziemlich gutes Gedächtnis. Na, aber ist doch dreihalte Tage her. Ist doch auch nicht so lang. Ei, ei, ei. Mich würde immer noch gerne sehen, wo die anderen zwei, die diese Gestaltung waren. Ich will mal eine Alchemisten-Statue finden. Und die Bezauberer. Oh, warte mal. Die Alchemisten-Statue war ja da oben. Suchen wir als erstes den Alchemisten... Den nächsten Alchemisten auf, würde ich mal sagen. Und, hm. Du, 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 du. Du, 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 du. Wie willst du? Oh, lord. Ich weiß nicht, ob ich auf dieser Insel leben will. Denn der Turm ist schon ein bisschen so gruselig, wenn das ganz so Zeug da rumfliegt. Sieht aber nicht so aus wie ein sehr, sehr nice turm. aber trotzdem unterturm eine insel davon ist gar nicht da sein oder und da muss noch ein gut mehr geben ich weiß auch nur glücklicher zufall jona was kann jona für euch tun sagt euch dieses amulett etwas das ist es wo habt ihr es gefunden im magen eines toten wahls eine frau namens kathleen hat es im überreste eines riesigen wahls gefunden dann ist dieses monster tot das freut mich sehr auch wenn ich eigentlich nicht von rache gelüsten geplagt war okay bevor ich über die meere gefahren bin habe ich meine frau aufgrund einer krankheit verloren das amulett war alles was mich an sie erinnert hat endlich habe ich es zurück und das ist nur euch zu verdanken nehmt mein tagebuch vielleicht wird es sich euch als nützlich erweisen zeit gesegnet abenteurer und lebt wohl und auf wiedersehen der alte geist und das mehr ähm gürtel nein wir behalten unsere gürtel und die mehr erfahrung tagebuch jedes an sind fort schon das abc der drachen ich fest buch der drachen der wahl schichter jona kann ich nicht lesen okay das bringt immer zu können wir können sie etwas damit anfangen ich meine es ist Geschichte das war und sie wieder ein Buch haben ich habe ja jetzt nicht wirklich ganz richtig zugehört aber ist ja etwas wenn wir springen zurück oder wenn wir transportieren uns hier ähm strandküste warum hier den ganzen weg hin und her springen so kaffee hier ist ein scheiß buch mhm so wie es will ich ja wenn sie in den genre gehen die musik verschwindet da ich bin doch aber reden wir erstmal mit der so hier hast du ein Buch oh da seid ihr wieder ich bin über dieses Buch gestolpert und musste sofort an euch denken lass mich sehen mein Gott all diese Informationen sind wie eine Offenbarung das ist schön how wonderful how wonderful oh ihr seid die netteste Person der ich jemals begegnet bin es gibt mir bestimmt so mächtigen Gegenstand ich habe es neben dem Amulett gefunden vielen dank thank you so much hey ich weiß nicht was ich von dir halten da ähm Willenskraft die Edelungsfälle ah einfach jetzt sind man der Priester der Entladung ah ich nehme das Geld wohl das glaube ich eine dumme Idee weil es amulett kostet dann glaube ich mehr Geld na komm es ist egal die nicht irgendwas von um mein Amulett Gefahr sucht ein verringendes Einsiedler pfff so aber zumindest ist die Quest für die Tor glaube ich kann wir auch schnell speichern so Messerhiebe kann ich gegen Ultraschwere Gichter einsetzen wie den immer zum Test oh 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 erstmal Kreatur schnapp sie dir ohne Kreatur geht nix so und dann und jetzt dann wohl mit der Zaubererei los zermatt stehen bis zu dem also hab ich das gar schon angesetzt springen noch nicht so Gott ey ich hab die Fähigkeit ach ne ich hab keinen Mana gehabt deswegen ich sag dir schon rum warum benutze ich das Fliegen nicht bäh naja ähm da ist noch so ein riesen Schiff wir laufen erstmal ein bisschen hier oder wir laufen erstmal hier oder da der hier links sind ja schon die ganze Truppe ach komm wir killen noch diesen Rest da so nein nicht ach Gott ach so nächste Statue Drachenelfbeschwere komm her komm her komm her jetzt gibt es noch einen Drachenelfenheiler verreckt doch verreck verreck so so und ein Elf Magier gibt es auch noch Beutetasche fangt er begrenzte Verjüngung ok ok interessant so aber welche Statue bist du und dann ist schon wieder ein Portal cool da kommen wir wohl ständig nicht durch so wie ich diese Tore kenne kommen wir da bestimmt nicht durch so erstmal ein Dings aktivieren und dann mal mit dem Ding reden und wo bist du? Zauberer Tote bis zuerst beide Kandidaten für eure Bezauberung ich werde eure so gehen wir erstmal hier ein bisschen durchsuchen ähm da ist ja schon das Lager also gehen wir erstmal ins Lager aber ich würde mal sagen das machen wir den nächsten Part bis dann